TURNAMENT TIME! Wow, 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 wow. Einer links. Oh, fuck. Okay, fuck, man muss voll aufpassen, dass wir uns hier nicht blocken. Ich bin gerade eben voll gegen dich gerannt. Ich bin jetzt hinter dir. Ich gehe links auf die andere Seite. Nice. Okay. Es rennt. Es rennt bei uns. Boom. Der andere war rechts. Nee, hier sind Fische in der Mitte. Nice. Fischis. Fische fangen, oder was? Guck dich den Fisch an, ey, voll der... Oh! Ich würde sagen, der ist eingeschüchtert. Der ist dann so hart gefressen, ne? Um Gottes Willen. Darum der AWP eigentlich? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Oh, links. Okay, warte kurz zur Pizza. Hey. Nice! Ein Boot, oder was ist das? Teste ich halt gerade mal, ey. Ein guter Pimp-Dinkel. Ein Pimp-Dinkel. Das weiß doch jeder's kennt. Quedermäuse sind blind. Oh, fuck. Beide waren in der Mitte. Ach, eklig. Ekelhaft. Der ist quasi zerstört. Ah, scheiße. Left-Side. Ich hab mich dummerweise... ...nach außen begeben. Nice! Rambut, Rambut! Oben ist nix. Ne. Ach, Alter, ist Amboss. Oh, mein Gott. Ich glaub nicht. Na ja, nur 50, Alter. Nein! Ich dachte, er wär vor Ort. Dieser Pass hat... Ich hab Scheiße gespielt. Alles cool, alles cool. Ja, wieder rechts. Nice! Ich seh, ja, ich seh. Okay, wir haben einen guten Vorsprung. Oh. Mitte. Scheiße. Wir müssen minimum zwei im Vorsprung haben, ne? Damit wir dann... Ähm, ja. Damit's nicht hier die ganze Zeit ge-overtimed wird. Fuck! What the fuck? Shit, man. Okay, ab jetzt. Jetzt müssen wir reinhusteln. Move! Nice Session. So, kleine Säcke. Die Menarche hat mir wäre behindert. Au! Ist nur der Kopf nicht gleich. Ich treff seinen Hals, oder was? Ich hab noch nie einen Body-Hit bekommen mit diesem Headglitch hier. Weil einfach nur der fucking Körper sichtbar ist. Oh, krass. Ach, der eine ist tot. Scheiße. Ja, äh... Right Side ist der andere. Bums! Go, go, go! Boah! Shit, shit, shit. Okay, warte, warte, ich geh rüber. Fuck, ey, der hat mich durch die Kiste abgejokelt, der Kerl. Nice! Okay, das... Wieso geht das? Das war... Ich weiß nicht. Ob ich glaube, das ist schon Round-Time gewesen. Äh, ich mein Half, oder? Okay. Ja, wir sind jetzt... Wir sind jetzt, äh... Bei den... Ah, links, man. Ah, scheiße. Maybe zwei Runden kriegen wir keinen Vorsprung rein. Mal geschafft. Na, reicht ja aus. Das passt. Ah, Mist! Der ist low. 16 AP auf der linken Seite. Oh mein Gott, ich bin aus Versehen kurz hängen geblieben in deinem Haus. Ich wollte One-Taps machen. Fuck. Hab ich zwei Kugeln gesprayt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nix mehr gebacken. WTF? Ist doch eigentlich nichts anders jetzt, oder? Nichts anders, bis auf Aim-Lock. Der einer ist rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nix mehr gebacken. Okay, cool bleiben. Die haben wir. Ah, mich sind beide. Fuck. Ich konnte leider nicht mehr weggehen. Scheiße. Schade. Wow. Ist der sein Cow? Boah. Zum Glück hat er mich hier nicht mehr getroffen. Danke. Ich hasse es, wenn mich beide sehen. Ach so, das Geld ist hier eigentlich scheißegal. Ich guck, dann dauert nach dem Geld. Ist doch Schwachsinn. Ach, da ist der Klaus. Ich hab das gar nicht gesehen. Nein. Das waren mehrere. Schöne Rübe weggefeilt. Oh, das gibt bestimmt ein dickes Overtime-Spiel. Scheiße. Boah. Boah. Der hat richtig drauf gewartet eben, der Kerl. Nice. Oh, Mitte. Dieser Bastard. Weißt du, er ist von uns beide unter Beschuss und er hat trotzdem die Zeit, Mitte kurz stehen zu bleiben, um mich zu klatschen. Wenn ich in den Winkel gehe, wo ich beide, wo mich beide sehen können, dann husche ich immer voll schnell weg. Rechts, er links. Ist auch Halbwetspiel. Nice. So, 13, 13. Rechts. Nice, sauber. Oh. Knappes Kießchen hier. Es war echt eine Schwitzerei gerade. Oh, rechte Seite. Lustlingerchen. Rechts wieder dieser. Ich habe ihm nichts gegeben. Oh, komm. Nice. Nice, Mann. Wenn wir die nächste Runde holen, haben wir einen Win. Ja. Oh, der Links müsste eigentlich tot sein. Nice, sehr schön. Weißt du, wo der andere ist? Ja, rechts. Bad Glitch. Nice, Alter. GG Wippe. Also zwischendurch habe ich gedacht, wir sehen kein Land, aber dann? Aber dann, aber dann. Genau. Ich bin.